Übrigens mein größter Erfolg war damals, dass ein VW-Zeichen beim Käfer auf der Kofferdeckel vorne saß, habe ich weggemacht. Das hat 80 Pfennig gekostet. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und das Zeichen hat noch nie jemand gesehen, weil das an einer unsichtbaren Stelle vorne am Kofferdeckel drauf war. Das ist halt nur, wenn die Sonne blöd stand, man wurde immer geblendet von dem Ding. Das wegzumachen, war mein größter Erfolg. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zur alten Schule, Ausgabe Nummer 69. Heute habe ich etwas für die VW-Fans unter euch im Angebot, die bedauern, dass das diesjährige Treffen am Wörthersee coronabedingt abgesagt werden musste, denn ohne ihn hätte es dieses Treffen wahrscheinlich gar nicht erst gegeben. Wenn es überhaupt noch die Firma VW gegeben hätte, denn er hat mit ein paar richtigen Entscheidungen und seiner Entschlossenheit dafür gesorgt, dass der Golf 1 in die Spur gebracht und damit die Rettung der Wolfsburger eingeleitet werden konnte. Ich bin glücklich, dass ich ihn heute als Gast hier begrüßen darf. Die Rede ist vom legendären VW-Entwicklungsvorstand Professor Ernst Fiala. Der heute 92-Jährige erfreut sich bester Gesundheit und hat mich in seinem Haus in der Nähe von Wien empfangen und dass er ein großer Visionär war, mit Ideen, die heute vielleicht aktueller denn je sind, davon könnt ihr euch in den kommenden 90 Minuten überzeugen. Das Alter ist ja immer so eine theoretische Zahl. Bildlich wird es in diesem Fall, wenn man sich vor Augen führt, dass er als junger Ingenieur bei Mercedes-Benz die Federn für den Öffnungsmechanismus der Flügeltüren am legendären 300 SL dimensioniert hat. Dieser Wagen ist samt seiner Federn 1954, also vor 66 Jahren in New York, vorgestellt worden. Viel Spaß jetzt mit meinem Gast Professor Ernst Fiala. Ich bin Jahrgang 28, habe also noch ein gutes Jahr als Luftfahrtenhelfer verbracht und habe nach dem Krieg die siebte und achte Klasse, die letzte und vorletzte Schuljahr absolviert und wurde dort auch beraten. Und da hat der Berater gesagt, der Krieg ist verloren, es ist alles zu Ende, studiert ja nicht, wenn irgendwas, dann Kerntechnik, aber sonst ist besser, ergreift einen Beruf. Na gut, dann habe ich überlegt, was ich studieren sollte und da war schon dieser Hintergrund vorhanden, es ist alles nichts. Und dann habe ich Textiltechnik studiert, also Maschinenbau, Spezialgebiet Textiltechnik, weil ich mir gedacht habe, ein Hemd und eine Hose brauchen die Leute immer, das geht vielleicht weiter. So, dann ging das Studium, also recht flott voran, denn nach Kriegs waren wir alle eingestellt auf Leistung, 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 schnell fertig. Das habe ich auch geschafft. Und bei der Diplomprüfung hat aber ein Professor gesagt, wollen Sie nicht bei mir Assistent werden? Das war der Professor Ludwig Christa, Institut für Kraftfahrzeuge und Verbrennungsmotoren. Also bin ich einmal da hingekommen, bin meinem eigentlichen Berufsziel Textiltechnik untreu geworden. Dann war ich zwei Jahre lang Assistent in Wien an der TU, nun schon beim Fahrzeugbau, zu dem ich zunächst gar nicht wollte. Dann hat sich ergeben, dass ein Kollege von mir nach Amerika ging. Dieser Kollege von mir war zehn Jahre älter und im Krieg im Flugzeugbau tätig. Der ist damals zur Constellation gegangen nach Amerika und hat gesagt, Führer, pass auf, ich habe hier auch noch einen Vertrag mit einer Busfirma, weil die Zulassungsbehörde verlangt von einem selbsttragenden Bus eine Begutachtung. Warum, hat kein Mensch gewusst, war aber so. Also gut, bin ich da eingestiegen und war also im Bussektor tätig, in dem Beruf von meiner Assistententätigkeit. Die Assistententätigkeit war mir klar, ist nur dazu da, zu promovieren. Das habe ich auch in zwei Jahren geschafft und habe promoviert und am gleichen Tag, als die Promotion zu Ende war, habe ich mich getroffen mit einem Herrn von Daimler-Benz in Wien und der hat gesagt, naja, ich kann Sie jetzt nicht anstellen, aber kommen Sie nach Sindelfingen, da können wir das fix machen. Also fuhr ich mit meinem Auto, ich hatte damals einen Renault 4CV, großartig, auf den Autobahnsteigungen habe ich die LKW überholt, fuhr ich nach Sindelfingen und habe dort einen Vertrag gemacht und war dann also neun Jahre lang bei Daimler-Benz. Und was haben Sie da genau gemacht? Da haben wir in der Versuchsabteilung für Karosserie aufgebauten, deren Leiter ich dann nach einigen Jahren selbst wurde und habe bei Daimler-Benz hauptsächlich, also was öffentlichkeitswirksam war, Unfallversuche gemacht. Okay. Daimler-Benz war damals schon das Zentrum eigentlich. Da gab es ja den berühmten Bela Barini. Der Bela Barini war mein Büronachbar. Okay. Wir haben jeden Tag miteinander gesprochen oder gestritten miteinander. Bei bester Freundschaft aber natürlich. Ja. Und der Bela war ein ganz lieber Kollege. Na gut. Und wir haben also dann die Heißwasserrakete, war so mein Beitrag, den ich gehabt habe, weil wir zunächst nicht wussten, wie wir die Autos beschleunigen sollen. Wir haben alle direkt davon ausgegangen, dass unter 50 Kilometer sowieso nichts, aber bis 100 Kilometer man schon brauchen würde, was alles nicht wahr war. 50 Kilometer, das ist schwierig genug. Ja. Und das ging. Ich war dann Abteilungsleiter und Oberingenieur, was damals auch noch irgendwas war. Also ganz kurz, die Heißwasserrakete, um die Crashautos zu beschleunigen, um an die anzufahren. Ja. Haben dann also nicht nur BKW beschleunigt, sondern weil Baden-Württemberg zuständig für die Entwicklung der Leitplanken, haben wir auch LKWs beschleunigt. Also siebeneinhalb Tonnen LKWs gegen Leitplanke, was gar nicht gepasst hat. Dann gab es noch einen Streit, ob eine Leitplanke stark sein soll oder nachgiebig. Und da haben wir über mich gemischt. Also jedenfalls habe ich durch Vorträge auch, die ich halten konnte, über das Thema Unfallsicherheit einen Ruf gekriegt. Erst noch Hannover, dann noch Berlin. Es war verboten, zwei Rufe zu haben, aber im akademischen Bereich war das oder ist das immer noch ein bisschen lockerer, sodass ich also den Beruf nach Berlin nachgegeben habe. Und mit einem damals großen Berufungszusage 300.000 DM war damals viel Geld, heute ist das gar nichts. Also jedenfalls habe ich ein Institut übernommen. In einem Raum waren noch die Flammenwerfer Spuren von der russischen Eroberung. Also das war nicht auf der Höhe der Zeit. Und das Geld habe ich sparsam eingesetzt, was aber andere wieder wohlwollend bemerkt haben und dann selbst Geld gegeben haben, sodass ich also immer das zehnfache Budget hatte, was ich von der TU bekommen habe. Und habe dann auch 60 Mitarbeiter, der Stadt ursprünglich drei. Und das ging ganz gut, das Geschäft da, haben ein modernes Beschleunigungskatapult gebaut. Der Innenraum der Avus Nordkurve, der wurde jetzt als Prüfung gestellt für Unfallversuche. Also Sie haben immer weiter in der Unfallforschung gearbeitet? Ja. Und was waren das für Bereiche genau? Das war auch ein bisschen für Fahrzeugtechnik. Und die Fahrzeugtechnik habe ich etabliert, auch unter dem Vorbehalt, in Berlin darf keine Wehrforschung betrieben werden. Okay. Und Unfallsicherheit, also Sicherheit war das ein großes Thema, sind wir ganz gut vorangegangen. Wir hatten also Verträge mit allen deutschen Automobilfirmen, mit vielen amerikanischen und französischen Firmen auch. Und in deren Aufträge haben Sie Teilbereiche im Auto erforscht? Ja. Kann man da Beispiele nennen? Psyze zum Beispiel, Psyzeentwicklung, eine französische Firma. Oder das Antiplockiergerät damals. Haben Sie angefangen zu entwickeln? Ja. Oder alles mögliche, brandige Kolbenringe zum Beispiel, ein ganz ausgefallenes Thema, aber gut. Oder Mankelmotor. Hat Ihnen das besser gefallen, in einem freien Institut zu arbeiten als bei Mercedes, wo Sie auch die Sicherheitstechnik weiter vorangetrieben haben? Meine Jahre an der TU Berlin waren die schönsten Jahre meines Lebens. Tatsächlich? Weil die Arbeit freier war? Naja, richtig. Ein Professor war damals, ich sollte heute auch noch so sein, nur seinem Gewissen verpflichtet. So stand es auch in den Grundsatzregeln der TU Berlin, dass man machen kann, was man will, und auf niemanden hören muss, auf sein eigenes Gewissen und auf den Fortschritt der Technik. Na, das ging ganz gut, und mir war noch so bekannt, mich hat einen Senator aus den USA besucht, um zu sehen, wie ein deutsches Institut für Fahrzeugtechnik arbeitet, und ich hatte auch einen Einladungs-US-Visiting-Professor am MIT, bis dann im Jahre 68 die Berliner Universitätsgesetze verfasst wurden, die mich betroffen gemacht haben, weil der Professor völlig entwündigt wurde. Es wurden Fachbereiche gegründet, wo der Institutsvorstand gab es nicht mehr sozusagen, das war alles im Fachbereich. Dieses Universitätsgesetz von 68 ist bis heute nicht umgesetzt. Das ist interessant. Ich habe immer damals auch gesagt, ich habe gedacht, in Preußen ist alles klar, und nur in Wien ist die Schlamperei, aber hier ist es noch schlimmer. Ja, gut. Und das ging also trotzdem, weil es nicht wirksam wurde, das Gesetz, ging es ganz gut, bis zu eines Tages im Jahre 1970, Frühjahr oder Winter noch, 1970, der Akademische Senat eingeladen hatte, die Institutsvorsteher zu berichten, was sie eigentlich tun. Und das habe ich sehr begrüßt, dass sich der Akademische Senat endlich einmal beschäftigt mit irgendwas. Vorher hat einem gar nichts getan. Und ich habe also schon eine Anhörung mitgemacht und habe berichtet, was das Institut tut. Die Zahl der Beöffentlichungen. Und dann wurde ich auch gefragt, wie viel Prozent sind davon konventionelle Technik und wie viel Prozent Zukunftstechnik. Und da habe ich wahrheitsgemäß gesagt, also zehn Prozent sind Zukunftstechnik. Worauf der Akademische Senat und natürlich ein Sprecher, aber die anderen haben nichts dazu gesagt, daher gilt das, was der eine Sprecher sagt. Der eine Sprecher hat gesagt, das ist genau verkehrt. Sie müssen 19 Prozent Zukunftstechnik machen und zehn Prozent Konventionelle. Da habe ich gesagt, gut, das nehme ich zur Kenntnis. Nur bin ich der falsche Mann, ich gehe weg. Das haben die alle nicht geglaubt. Aber ich bin bei der Tür hinausgegangen und habe am nächsten Tag meine Entlassung beantragt. Sehr konsequent. Ja, sicher. Aber ich habe nicht gewusst, wo ich hingehe und war eigentlich völlig gleichsinnig für einen Familienvater mit drei Kindern, der sonst nichts hat zu sagen. Ich kündige einen Lebensstil. Ich habe ja einen Beamteneid geschoren in die Hand von Willy Brandt. Ich bin bis heute Beamter der Bundesrepublik Deutschland. Der Beamteneid endet ja nicht. Ich darf noch immer nichts Böses sagen über Deutschland. Das fällt mir auch nicht ein. Mir fällt auch gar nichts ein. Na gut, jedenfalls stand ich dann da und habe am nächsten Tag nicht nur die Kündigung geschrieben, sondern auch überlegt, was ich machen sollte. Und da habe ich herausgefunden, man hörte so alle Möglichkeiten, dass Ford und VW einen Forschungschef suchten. Da war natürlich VW viel reizvoller als Ford, denn im Jahre 70 ging es bei VW steil bergab. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich… Ja, ja. Man darf nicht in eine gute Firma einsteigen, man muss immer in eine schlechte Firma einsteigen. Du schlechter kann es nicht werden, da kann es nur aufwärts gehen. Also das war so auch die Überlegung. Aber Spaß beiseite, auch die Aufgabe, einen Nachfolger für den Käfer zu finden, der das berühmteste Auto der Welt war und vielleicht noch immer ist, war schon eine sehr reizvolle Geschichte. Also VW war wirklich ganz am Ende. VW war schlecht und zwar weil alles gleichzeitig schlecht wurde, nicht? Die Amerikaner haben begonnen selbst gerne Autos zu bauen. Die Japaner haben großen Markt gemacht in Italien, in den USA, wo es der Hauptmarkt für VW war, wo das Geld auch herkam. Und der Käfer war am Ende seiner Tage. Und der Alfa Sud war im Staat? Sogar die Italiener, die Franzosen, die haben ja alle kleine Autos gebaut, die dagegen gingen. Und der Käfer hat die Abgasvorschriften glaube ich nicht mehr geschafft? Ja, das war schwierig. Die Sicherheits- und Abgasvorschriften, die es vorher nicht gab in Amerika, war ja alles frei. Die waren plötzlich so ausgerichtet auf amerikanische V8-Fahrzeuge. Und dort hat der VW-Käfer überhaupt nicht gepasst. Also es war sehr schwierig, den Käfer überhaupt durch die Vorschriften durchzubringen, sowohl sicherheitsmäßig als auch abgasmäßig. Aber übertönt wurde das zunächst durch ein amerikanisches Projekt, das der amerikanische Verkehrsminister erfunden hatte. Ein Sicherheitsauto, das nicht mit 50 Stundenkilometer, mit 30 miles per hour, sondern mit 50 miles per hour, also mit 80 Stundenkilometer sicher sein sollte. Okay. Und dieses war eine große Herausforderung von diesem Projekt, der alle Autonationen beigetreten sind. Und alle haben so ein Sicherheitsauto gemacht. Und es waren Konferenzen, eine in Australien, zwei in Amerika, eine in Deutschland. Und im Jahre 72 wurden dann die Ergebnisse dieses Projekts vorgestellt. Und da war VW anerkannt, nicht meine Worte, der Gewinner von allen denen. Mit dem Sicherheitsauto. Wir haben ein verkehrstaugliches Auto mit 1500 Kilo gemacht, weil die US-Sicherheitsautos von drei Tonnen hatten und Stoßfänger aus Titan oder solche unbezahlbaren Sachen, auf die es gar nicht ankam. Unser Auto war also wirklich der Sieger dieses ganzen Wettbewerbs. Und das Auto, das ich mit einer Mannschaft gemacht habe, von der die eigenen Leute geglaubt haben, sie können kein Auto machen, war eigentlich ganz gut aussehend. Und wurde in Amerika, in Washington war dann diese Vorstellung, wurde von allen besucht und interviewt, befragt, warum macht die das so und so. Und viele Sicherheitsmerkmale, die es damals noch nicht gehabt haben, haben bis heute Eingang gefunden. Bis auf zwei. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. Zum Beispiel die Abstützung von der linken Mittelsäule zur rechten Gewerksautos. Das ist natürlich ein Hindernis, wenn man da mit dem Sitz nicht mehr beweglich ist, sondern die Pedale einstellen muss. Das Lenkrad kann man heute sowieso bei allen einstellen, aber die Pedale noch nicht. Aber trotzdem wäre das sehr wichtig, weil wenn ein Auto von der Seite getroffen wird, schaut das auch heute noch ganz schlecht aus. Stimmt. Wenn man eine Abstützung macht, ist es sehr viel besser. Das ist das eine, was noch nicht durchgesetzt wird. Und das andere ist eine Verlängerung des Autos bei hohen Geschwindigkeiten. Man braucht ja einen Verzögerungsweg. Und diesen Verzögerungsweg hat man nicht, weil das Auto kurz gebaut wird, das Platz grün vernünftig, aber eigentlich bei hoher Geschwindigkeit, also bei über 50 Stundenkilometer, könnte das Auto einen halben Meter länger sein. Dann hat man mehr Verzögerungsweg für höhere Geschwindigkeit. Okay. Und Sie haben die Stoßstange rausgefahren? Das haben wir. Okay. Und zwar eine massive Stoßstange, nicht so ein Stoßfänger wie heute. Sondern ein richtiges Ding, was die Energie aufgenommen hat. Und das war eigentlich die durchschlagende Idee. Wir konnten aus 80 Stundenkilometer lebensrettend, an Tami ist nachgeprüft, lebensrettend Personen aus dem Auto herauskriegen. Und was haben Sie sonst umgesetzt in dem Auto? Was gab es noch, was jetzt schon umgesetzt wurde? Naja, passiver Sicherheitsgurt, Begrenzung der Gurtkraft. Tatsächlich? Das haben Sie damals schon gemacht? Ja, das hat das alles gemacht. Nachziehen, also das Strafziehen des Gurtes. Eine Rückleichte, die hochgesetzt war. Das hat ja auch allgemein gut. Seitenwindkompensation. Also ganz eine Menge Dinge, die inzwischen auch umgesetzt wurden und auch nicht. Jedenfalls ist VW trotzdem oder unabhängig davon in eine noch tiefere Krise geschildert, weil nämlich der Herr Nordhoff sehr wohl vorgesorgt hatte für den Umstieg von einem vom Käfer auf ein Nachfolgemodell. Nur das Nachfolgemodell kam leider nicht zustande, aber die 11 Milliarden D-Mark, das war damals viel Geld, heißt das nichts, die waren verausgabt und das Nachfolgemodell war nicht da. Damit ging der damalige Vorstandsvorsitzende von der Firma weg und es kam Herr Rudolf Schleiding, ein Mann mit Bodenhaftung. Und dieser Mann mit Bodenhaftung hat erst einmal den ganzen Konzern umgekrempelt und hat den Führer aus der Versenkung, aus der inneren Versenkung herausgeholt und gesagt, das Auto ist doch etwas Schönes, das können wir doch so machen, wie es ist. Und der Führer wurde der Entwicklungsvorstand im Jahre 70. 1970. Okay. Und den Käfer gab es schon als Modell, aber mit vielen Dingen, die mir nicht so gefallen haben, aber mit einigen, die es sehr gut waren und sich durchgesetzt hatten. Und so kam ich also erst einmal in die Position einer Firma, die kein Geld hatte, aber einen Riesenmarktanteil immer noch und einen guten Ausgangspunkt in der Firma Audi. Ich habe bei Daimler Benz doch erlebt, als Daimler Benz entweder BMW kaufen konnte oder Auto Union. Und aus damals unverständlichen Gründen wurde Auto Union gekauft. Warum? Nämlich, weil der Herr Flick, ein Mehrheitsaktionär bei Daimler Benz, viel Geld brauchte, um seine ganze Stahlklinge in Ordnung zu kriegen. Und darauf bestanden hat, dass Daimler Benz das DKW oder damals Auto Union gekauft, weil er das Geld gebraucht hat. Also so kaufte Daimler Benz das falsche Objekt. Nun saßen wir da und Audi hat aber inzwischen eine Mannschaft abgegeben zu DKW, unter anderem den Konstrukteur, den die Rennwagen gemacht hat, Ludwig Kraus. Der Kraus-Mickerl war dann Entwicklungsvorstand bei Audi und hat dort also gute Arbeit geleistet, einen guten Motorenentwickler nachgeholt, der den 827, den Stammmotor mitgemacht hat bei Audi. Dieser Stammmotor und der Audi 80 waren die Basis, auf der VW starten konnte. Der Audi 80 war eh nicht gut gegangen, aber der Passat-Variant, das mein erstes Auto war, so zu sagen, ist gut gegangen, war zwar nur eine Weiterentwicklung des Audi 80, war halt eine Variante, das war gegangen, like hell hat den Audi 80 gleich überholt. Der hatte das richtige Label dann, ne? Der kam 73, nicht? Ja. Es war gleich der erste Erfolg, der dann die Weltöffentlichkeit auch schon wieder ein bisschen wohlwollender zu VW eingestellt hatte, aber es hat natürlich immer noch der Nachfolger vom Käfer geführt, der dann im Mai 74 kam in Form vom Golf, den wir in München damals vorgestellt haben und der, naja, nicht so freudig aufgenommen wurde, weil nämlich VW der Verlierer der eigenen Propaganda war. VW hat ja immer gesagt, also Wasserkühlung ist nix, Luftkühlung ist alles. Und der Motor muss hinten sein davon, mit dem Geräusch davon. Zuerst einmal hat VW ein Auto gemacht mit Wasserkühlung und Motor vorne, die war verkehrt, hat dazu geführt, dass uns Opel überholt hat. Ein Jahr hat Opel in Deutschland mehr Autos verkauft als Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen, das kann man gar nicht mehr zusammenbekommen. Unglaublich. Als Sie 1970 Entwicklungsvorstand wurden, wie weit war der Golf da schon? Da gab es erste Entwürfe. Es gab aber Entwürfe von fünf oder sechs verschiedenen Käfernachbeugern. Und es war schwierig, den richtigen herauszubicken und den durchzusetzen. Haben Sie da schon gedacht, dass man auf jeden Fall Opfer der Propaganda werden müsste, also sich vom luftgekühlten Motor abwenden muss? Nein, das war neben Schauplatz, aber wichtig war das Richtige, das Richtige zu finden. Das war keine komplette Neuerfindung. Da gab es den Fiat 127 und den 28, die in meinen Augen damals die richtige Lösung für die Zukunft geschehen. Und in die Richtung musste man marschieren. Und dieser angedachte ER 737 war in dieser Richtung, der wurde dann also eben gemacht. Die richtige Basis. Na gut, aber zunächst geht der Golf gar nicht so gut. Und Opel hat uns überholt. Und dann musste man also irgendwas machen, dass der Golf weiterkam. Und da wurde ich einmal eingeladen zu einer 100-Jahr-Feier des AVT. Und beim AVT habe ich irgendeinen Vortrag für irgendwas gehalten. Und am Ende dieser Tage wurden dann noch ausgezeichnet die Sieger der Sportdinger. Und da waren ja erst die Leute der BMW und vor Ort auch noch. Und die nächsten 7 Plätze gingen alle an VW. Okay. Warum? Weil in jedem Nest hat irgendein Rennen mit Pauli Käfer stattgefunden. Aber der Kiefer ist immer der Sieger. Ich werde schon nichts sagen. Und dann habe ich mir gedacht, Donnerwetter, das müssen wir doch wieder machen. Und dann haben wir den Golf GTI gemacht. Das war die Idee, die GTI losgeschnallt hat. Und dann haben wir auch noch gerade wieder diesen guten Motor von Audi gehabt. Damals mit einer guten Einspritzung von Bosch. Und so wurde 1976 der GTI herausgebracht. Aber das war erst noch so ein heimliches Projekt, oder? Ja, ja. Da hat der Vorstand beschlossen, wir bauen einmal 500 GTIs. Aber ich glaube, vor der ersten Vorstellung haben Sie den Motor schon mehr oder weniger heimlich in die Golfkarosse eingebaut und dann erst das fertige Auto dem Vorstand präsentiert. Richtig, ja. Wie war das? Also haben Sie da schon gedacht, das wird ein Sportauto, was einschlagen wird? Ich habe gedacht, aufgrund dieser Erfahrung beim AVD, dass das das Richtige wäre, dass man aus einem normalen Serienauto ein sportliches Fahrzeug macht. Da gab es nichts Vergleichbares am Markt bis dahin. Noch nicht, nein. Diese Welle, die jetzt alle haben natürlich, war damals neu. Na gut, das war jedenfalls der Erfolg, der den Golf aus dem Startlöchern geholt hat. Dabei war es ein Glück, sage ich heute, dass VW nicht so umschalten konnte von jetzt auf gleich vom Käfer auf Golf. Denn alle Welt hat gewusst, dass VW ein Meister ist im Oberflächenschutz und ein Meister in der schnellen Umstellung. Das war aber alles nicht wahr. Sondern wir haben also den Käfer, der damals ja noch immer produziert wurde, ausgeschoben am Hof und den Golf hinein, der war inzwischen rostig. Das war furchtbar, der Anlauf. Ford hat 1923, als der Ford T abgelöst wurde gerade, ja ein Jahr die Fabrik geschlossen. Ein Jahr hat er das umgebaut. Oder mehrere Monate. Und das war richtig. Das hätte VW auch machen sollen. Nur hatten wir das Geld nicht. Das musste alles so gehen. Und daher war die Qualität der ersten Golf nicht berauschend, muss ich rückblickend zugeben. Ach, Sie waren auch tatsächlich, auch natürlich durch Ihre Zeit bei Mercedes, ein Qualitätsfanatiker. Ja, ja, ja. Ich habe mal was gehört mit dem Türschließgeräusch, dass Sie da Ihre Leute gequält haben. Ja, beim Türschließgeräusch. Es hat verschiedene Dinge gegeben, die das Inkrafttreten des Golfs schwierig machten. Also zum Beispiel der Aufsichtsrat hat gesagt, ihr wollt jetzt einen Vorderradantrieb machen, das ist doch ganz verkehrt. Die großen Gewinner waren gerade die Japaner, haben alle Standardantrieb gemacht. Die Amerikaner haben kleine Autos gemacht, alle mit Standardantrieb. Standard heißt das so. Der Vorderantrieb. Ja. Und Ford ist umgestiegen von einem Standardantrieb auf einen Vorderantrieb. Der B4, glaube ich, hat der geheißen. B4, ja. Und sind vom B4 wieder zurück auf den Escort. Aufhören mit Heckantrieb, stimmt, ja. Richtig. Und der Aufsichtsrat hat gesagt, na, Ford muss es doch wissen. Die haben halt das Richtige gemacht. Und ihr wollt jetzt in den Vorderradantrieb hinein. Ja, gut. Also da konnte ich mich mit Leidings Hilfe im Übrigen. Leidings war der wirklich Mächtige. Ohne den wäre nichts gegangen. Aber mit Leidings Hilfe gelang es trotzdem auch beim Aufsichtsrat vorbei, dieses Konzept durchzusetzen. Also der damalige VW-Chef, ne? Ja. War das ja. Und intern gab es natürlich eine Maßnahme, den Golf so billig wie irgendetwas möglich zu machen. Und jedes Gramm wurde herausgemacht. Übrigens mein größter Erfolg war damals, dass ein VW-Zeichen beim Käfer vorne am Motorhaupt, auf der Kofferdecke vorne saß, habe ich weggemacht. Das hat 80 Pfennig gekostet. Das ist wahnsinnig viel Geld. Aber bei der Masse ist das extrem viel, ne? Ja. Und das Zeichen hat man doch nie jemand gesehen, weil das an einer unsichtbaren Stelle vorne am Kofferdecke drauf war. Ach wirklich? Das war gar nicht draußen? Doch, draußen schon. Aber man schaut dort hin. Ja, ja. Nur wenn die Sonne Blödstand hat, man wird immer geblendet von dem Ding. Das wegzumachen war mein größter Erfolg. Und dann ging es beim Golf auch darum zu sparen, alles raus, alles raus. Und da habe ich mich aber bei der Türpappe auf dem Hinterbeine gestellt und habe gesagt, das Türschlossgeräusch ist das Wichtigste vom Auto. Das Auto muss einen Blub machen und nicht den Bein nehmen, ne? Und dann habe ich also gegen die wahnsinnigen Widerstände, wieder mit Hilfe vom Leiding, die Türpappe hineingebracht. Und nicht nur das, zum Beispiel Aschenbecher war es so eine Geschichte. Wenn dir ein Auto einsteckt, damals haben alle gerade geraucht, ziehst du den Aschenbecher auf. Das geht nicht. Da muss man auch Geld hineinstecken. Das habe ich auch durchgepuckt. Und diese Qualitätsmerkmale, unter Anführungszeichen, die aber maßgebend sind für den Eindruck, den der Kunde, der ein Auto besichtigt hat, die muss man durchsetzen. Ja gut, also jedenfalls ging der Golf so nicht schlecht. Und das war ein Glück, weil die Qualität nicht in Ordnung war. Und ab 1976 ging es aber dann steil beraubt. Wir haben das Auto in Ordnung gebracht. Viele Dinge waren auch falsch am Golf. Zum Beispiel wird eine Tür, hat ein Außen- und Innenblech. Und dieses Außen- und Innenblech wurde beim Käfer durch Umklappen des Innenblechs aufs Außenblech drauf gemacht. Ist aber teurer. Billiger ist, die Breitweiden unten zusammen zu punkten. Okay. Nur da bleibt eine Kante über und diese Kante kann man nicht rastschützen. Die rostet also. Aber das haben wir nicht gewusst. Nicht? Da bin ich auch hineingefahren und auch mein damaliger Versuchschef hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Oberflächenqualität ist bei Familie 1a, kann nichts passieren. Reingefahren sind wir. Das war eine richtige Rostlaube an diese Dinge. Die ersten, ja. Irgendwo solche Blödheiten, die man nicht bedacht hat oder nicht gewusst hat. Also dann ging das los mit dem GTI. Dann inzwischen hatte der Fiala aber die Idee, dass eigentlich ein Dieselgut wäre. Und wir haben also alle Diesel gekauft, die es so gab. Es gab ja von Opel, von Fiat, von Peugeot. Es gab solche kleinen Dieselmotoren. Daimler-Penz hatte ja einen sowieso. Aber das war das Taxi-Geschön. Und die habe ich also alle gefahren. Und dabei erinnere ich mich an einen, ich will nicht sagen welchen Auto. Die habe ich mir immer hinstellen lassen am Abend, weil es so finster war. Und ich war nicht in der Lage, mit diesem Auto wegzufahren. Weil das so kompliziert war. Da musste man irgendwie da einen Schalter und dann dort einen Schalter und dann da noch drehen. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Wir machen einen Diesel, wo man mit dem Zündschlüssel startet. Wie sonst auch. Das gab es ja nicht. Was war das damals? Das Vorglühen war noch ein Thema? Ja, ja. Vorheizen und so. Und dann habe ich gesagt, Kinder, das geht alles so nicht. Wir müssen starten mit dem Zündschlüssel und das Vorgühen beginnen, weil wir die Tür aufmachen. Ja. Und damit kam ein Deal auf den Markt, den wir 1977 oder 76, weiß ich nicht, im Dezember in Stockholm vorgestellt haben. Und zwar war der Startpunkt nördlich, an einer großen Tankstelle nördlich von Stockholm. Und in der Früh bin ich mit dem Journalisten mitgefahren, an einem Bus zu dieser Stelle. Und da habe ich mich gefragt, was glaubt ihr denn, wird das sein? Und dann habe ich gesagt, na ja, zwei Prozent. Und auch der VW intern hat das so, dass ein Vorstandsmitglied hat gesagt, wenn wir das nicht angefangen hätten, hätten wir das nie gemacht. Das ist ja nur eine Blamage. Und der andere hat gesagt, das ist unnütz wie der Kopf. Na gut. Und die Journalisten waren auch alle sehr, sehr gereserviert, diese Idee. Und dann ist wichtiger, dass man zu einer Pressevorstellung immer irgendeinen Preis ausschreiben oder irgendwas macht. Irgendwas, was ins Gemüt geht, nicht nur das blöde Autos und so. Und da haben wir ein Kreispreisausschreiben gemacht für den, der den Durchschnittsverbrauch der kommenden Rundstrecke vorausschätzt, der gewinnt den. Der Durchschnittsverbrauch war damals bei 3,8 Liter auf 100 Kilometer. Damals schon? Ja, ja. Na ja, in Schweden im Dezember, viel Schnee, schön langsam durchgeduckert, dass das Auto keine Leistung hat mit 50 PS gehabt, ist nicht aufgefallen. Also wir haben dieses Ding gedreht am Tag. Und am Abend bei der Rückfahrt haben wir alle gesagt, na nun, das ist ein ganz neuer Diesel. Das ist gar nicht so, wie die alten Diesel waren. Und eigentlich war dieser Bus, zwei Tage, zwei Busse, waren immer auf der Hinfahrt skeptisch, ab der Rückfahrt, das wird was. Und tatsächlich wird was. Wir haben ja wieder beschlossen, 100 Diesel am Tag zu bauen oder was nur Bosch hat, Gott sei Dank, die haben ja das Auto gekannt, vorausblickend schon 500 Dieselpumpen pro Tag eingeplant. Wir haben ja nächstes Jahr schon 2.000 Dieselpumpen am Tag gebraucht. Okay. Und der ging also like hell, weil ja natürlich der Käfer zum Schluss ein Saufkäfer war, der 10 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt sind die Leute mit 5 Liter Diesel gefahren. Das war natürlich atemberaubend. Ja. Und hat überhaupt den Ruf von VW gefestigt, hat kreiert. Denn vorher haben wir alle gesagt, alle Autos entwickelt sind gut, nur VW, das sind die Deppen. Auch der Ludwig Kraus hat auch gesagt, in den Allernebeln bekommst du nichts, nicht? Es ist ja auch nichts herausgekommen. Das war nicht die Dummheit der dort arbeitenden Ingenieure. Der Führung, die immer gesagt hat, jetzt machen wir das Auto und das machen wir das Auto. Und das geht natürlich nicht. Eine klare Linie finden. Mein Plan? Durchhalten ein paar Jahre. Na gut. So, Achtung Leute. Jetzt habe ich einen wichtigen Hinweis für euch. Nicht nur Weihnachten naht in Windeseile, sondern auch die jährliche Frist zum Wechsel eurer Autoversicherung. Ein bisher für mich immer lästiges Thema. Die ganzen Formulare, Fristen einhalten, kündigen, dieser ganze Papierkram. Manchmal konnte ich mich dazu durchringen, online ein bis zwei Versicherungen zu kalkulieren, um es dann doch wieder bleiben zu lassen. Dieses Jahr ist alles anders, denn ich habe Wilhelm für mich entdeckt. Das ist ein unabhängiger Versicherungsmakler, der mehr als 160 Versicherungen vergleicht. Und im Schnitt kann man da zum Beispiel bei der Autoversicherung ganze 83 Euro sparen. Bei mir mit meinem alten Benz war es sogar dreistellig und das Geld hätte ich gern schon früher eingespart. Ihr bedient Wilhelm einfach über die App, ladet eure Verträge hoch und ab geht die wilde Fahrt. Das funktioniert übrigens nicht nur beim Auto, sondern auch bei allen anderen Versicherungen. Und ich lege es euch ans Herz, das einmal auszuprobieren. Die Wechselfrist der Autoversicherung geht übrigens bis Ende November. Und falls ihr Fragen haben solltet, und das ist das Tollste, dann könnt ihr die stellen. Denn Wilhelm ist nicht irgendeine anonyme Software, sondern da sitzen echte Menschen, die mit euch reden und auch noch erreichbar sind. Ganz alte Schule, so wie wir es von früher kennen. So, jetzt habe ich noch etwas für euch. Unter dem Link fragwilhelm.de und mit dem Code ALTE SCHULE bekommt ihr auch noch einen 50-Euro-Gutschein, den ihr bei über 500 Händlern einlösen könnt. Das alles wird aber noch einmal in den Shownotes erklärt, hier unten drunter in eurem Podcast-Player. Aber wenn ihr jetzt gleich im App Store Wilhelm eingebt, dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg und seid gespannt, wie viel ihr alleine beim Auto einsparen könnt. So, das war Wilhelm und jetzt geht es weiter mit meinem heutigen Gast. Viel Spaß! Also das war eigentlich der Aufstieg von VW, der 73 mit dem Variant bekam, mit dem Passat-Variant, der gut und heute noch das Rückgrat dieser Reihe ist. Sowohl bei VW als auch in der Konkurrenz. Dann der Golf, der mit Anlaufschwierigkeiten gestartet ist. Der GTI, der das Variant dort erst angezündet hat. Dann der Diesel, der eine weltweite Dieselwelle ausgelöst hat. Und dann das Cabriolet. Das Cabriolet war nämlich auch am Aussterben. Es gab ja kein Cabriolet mehr. Der Le Penz hat keine Cabrios gebaut. Alle haben gesagt, das ist ein Überschlag, das ist zu gefährlich, das kann man nicht machen. Dann haben wir dieses Cabriolet mit Gewalt gemacht, mit einem Überschlagbügel. Mehr als symbolisches Ding. Aber auch das hat eingeschlagen. Und alle haben da begonnen, Cabriolets zu bauen. Also es war schon wirklich eine Reihe von Erfolgen. Nicht verschweigen will ich den Mithilfe von Giugiaro. Giugiaro hat tatsächlich den ersten Golf überarbeitet, aber nicht kreiert. Er hat ihn überarbeitet und auch einige Verbesserungen gemacht. Aber viele seiner Vorschläge haben er wieder weggemacht. Er hat nämlich die Scheinwerfer zum Beispiel nach innen gesetzt. Und so Kleinigkeiten, die den Golf 1 sympathisch gemacht haben. Abrundungen dort und da. Die hat er nicht gemacht. Den haben wir dann immer mit Leidingshilfe. Wo jeder gesagt hat, das bringst du nicht mehr durch. Leidingshilfe. Ja, also Leidings war ein großer Glücksfall für VW. Der sich nur leider mit dem Betriebsrat zerstritten hat. Weil Leidings eh ein hemdärmeliger Bursche war. Der sich gedutzt hat mit dem Betriebsrat VW. Nur hat er leider einen Brief geschrieben an die Volkswagen-Mitglieder. Dass die Lage sehr ernst sei und jetzt alle zusammen helfen müssten. Das hat ihm der Betriebsrat übel genommen. Er hat gesagt, du kannst doch keinen Brief schreiben ohne uns. Wir müssen gemeinsam. War das schon damals ein mächtiger Betriebsrat, was VW ja oftmals war? Ja, VW galt er so als halbstaatlicher Betrieb. Wobei ich sagen muss, ich war in vielen Aufsichtsräten auch der Stahlindustrie nachher. Also Tatsache war, dass ich auch in meinen Aufsichtsräten immer genau gehört habe, was die Betriebsräte und vor allem die Gewerkschaft sagt. Die Gewerkschaft hat nämlich ein fantastisches Industrieinstitut in Frankfurt, wo die alle Probleme und alle Firmen sorgfältig durchleuchten, wozu der Aufsichtsratsmitglied gar keine Zeit hat. Da macht man das so als Nebenbeschäftigung. Und daher muss man immer dort hinhören, wo die Leute was wissen. Und ich habe mich auch nicht geniert zu sagen, ich höre oft die Gewerkschaft, die wissen wirklich was. Im Gegensatz zu mir, der hier nur zu einer Aufsichtsratssitzung kommt, mit schlechter Vorbereitung. Und das hat mir wieder einen guten Ruf bei der Gewerkschaft eingetragen, zu der ich immer… Auch nicht ganz unwichtig. Ja, richtig. Ja, zu der ich immer Dacheles geredet habe und behaupte auch heute noch, dass ich in den Gewerkschaften schuld sind an dem industriellen Aufstieg Deutschlands. Die anderen Gewerkschaften, französische, englische, italienische, haben immer gegen die Betriebe gekämpft. Die deutschen Gewerkschaften haben für die Betriebe gekämpft. Da habe ich gesagt, man kann eine Kuh nur welchen, wenn man sich vorher genährt hat. Ja, primitiv, aber richtig. So war ich also auch immer ein Freund der Gewerkschaften, der bei jedem Streik, den sie auch bei VW gehabt haben, immer gesagt hat. Ja, ja, Streik nur, ihr werdet euch schon einigen, ich kann euch schon jetzt sagen, wo auf der Mitte. Genau, ihr wollt vier von uns reden, wir geben zwei von drei einigen bei uns. Hat auch immer gestimmt. Und so habe ich also da eigentlich meinen Erfolg bei VW genossen. Insofern, als ich ein starker Mann war in den ersten fünf, sechs Jahren bei VW. Erst besonders stark als Leiding da war, weil Leiding eine Vaterrolle mich gegenüber gespielt hat. Und das Leiding dann gehen musste, was er sehr ungern tat. Und dann kam Toni Schmücker von einer Stahlfirma. Er war aber zunächst fort, dann bei Ford. Er war ein fortgeprägter Automann. Die Ford-Leute haben eine besondere Ausrichtung. Von Henry, glaube ich, her. Der ja auch alle Experten seiner Firma ferngehalten hat. Der Henry Ford war ein fürchterlicher Autokrat, nicht? Die haben alle guten Ratzleger der Experten gesagt. Er wollte alles selber machen. Ja. Und Toni Schmücker war auch geimpft von der allgemeinen Meinung, dass die in aller Nebel alle noch bescheuert sind. Schmücker kam ja schon 75. Da waren die großen Erfolge von VW noch nicht da. Im Gegenteil, VW war immer noch am Pleite gehen. Und Schmücker hat ein paar Jahre gebraucht, bis er Vertrauen in die VW-Entwicklung gewonnen hat. Er hat mir geschockt. Audi ist alles. Auch bei meiner Installierung hat der Aufsichtsrat gesagt, ihr dürft. Audi ist die tüchtige Firma und ihr seid alle dumm. Also dumm hat er nicht gesagt. Aber das war das Letzte, was der Leiding noch gemacht hat, vor dem Abgang, ist noch Audi zu kaufen. Ja, wir haben damals NSU gekauft. Aus steuerlichen Gründen war das günstiger, die schon ganz pleite Firmen aus NSU zu kaufen. Und NSU hat dann Audi gekauft. Und so wurde das in den Konzern eingeführt. Okay. Porsche wollte man auch mal kaufen. Aber das war später. Nein, nein, nein. Porsche ging nicht. Da kommen wir auch noch dazu. Ja. Und da habe ich mich natürlich bei Porsche eigentlich sehr gedacht, ich mache mich ganz unbeliebt, weil ich so alte Zöpfe, die da waren, von jedem VW kriegt Porsche einen gewissen Anteil. Stimmt, das war damals noch so. Ja, das stimmt doch nicht. Der VW ist 50 Prozent beteiligt an den Sportausgaben von Porsche. Warum das? Und so? Hat sich vorher keiner anzugreifen getraut, aber ich habe es gemacht. Was dann dadurch gekippelt hat, dass mich der Dr. Hahn, der damals Vertriebsvorstand von VW war, bei einer Automesse in Paris, hat er gesagt, Herr Fiala, heute Abend treffen wir uns mit der Firma Porsche im Hotel, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wo es liegt, aber jedenfalls waren die ganzen Porsche-Mitglieder aufgereiht, die ganzen Kinder, Porsche und PX. Oha. Und der Herr Hahn hat gesagt, Herr Fiala wird sich jetzt erklären, warum die Porsche-Entwicklung nicht zum Einsatz kam. Nämlich VW hat ja großzügig Entwicklungsaufträge für den Nachfolger vom Käfer vergeben, unter anderem auch vom Porsche, die ein sehr nettes Auto gemacht haben, mit einem Mittelmotor, der sich fantastisch fuhr, so mit Hecksleitern. Nur, das konnte man nicht in Amerika anbieten, natürlich. Okay, okay, ja. Und das habe ich dann der Firma Porsche geschildert, warum das so ist, dass das in Amerika schon gar nicht geht und dass die Raumverhältnisse im Inneren auch nicht erlauben, dieses Problem zu lösen. Das geht nicht. Man muss ein deppensicheres Auto für Amerika machen. Und die Firma Porsche hat mir das nie übel genommen. Und die Frau Porsche, die Luise, war im Aufsichtsrat von der VW, als ich Vorstand wurde. Die hat sicher für mich da gesprochen. Ich weiß es zwar nicht sicher, aber ich hatte ein gutes Verhältnis zur Frau Porsche. Also dann kam, ich kam jetzt von Schwücker, der zunächst einmal auch eine geringe Meinung von der VW-Entwicklungsmannschaft hatte, weil das so allgemein üblich war. Das war so im Volksmund, nicht? Audi weiß, wie man Vorderradantrieb macht. Jetzt ist es wahr. Vorderradantrieb ist ganz kritisch. Und zwar liegt es an dem Antriebsgelenk, dem Zschäppergelenk. Und wie das Zschäppergelenk für Audi gemacht hat? VW. Was tatsächlich? Auch schon vorher. Aber ich hätte es nicht gewusst. Okay. Also gut. Also jedenfalls hat Schmücker zwei Jahre gebraucht, bis er eingesehen hat, wo wir wirklich weiterkommen. Und hat mich dann sehr unterstützt und sehr, ja, Vorstandsvorsitzende ist immer gut, wenn man auf seiner Seite hat. Ja, das denke ich, ja. Und da klingt es mir also gut. Und VW hatte oder hat einen Ausschuss, der heißt APP, Ausschuss für Produktplanung. Ah, okay. Und dieser Ausschuss für Produktplanung ist von allen Vorstandsbereichen bestückt, besetzt. Und wie jeder Ausschuss bringt auch dieser Ausschuss nichts zu Wege. In meiner ganzen Zeit hat der Ausschuss für Produktplanung nur eine Sache durchgesetzt, das war die Zentraleinspritzung, die Plätzchen war. Und ich habe ihn auch wieder abgelöst. Aber sonst hat er mich immer eigentlich nur behindert. Und dieser Ausschuss für Produktplanung wurde vom Leiding überhaupt immer mit der Auflösung bedroht. Und Schmücker hat ihm auch nicht geholfen, sondern ich konnte mich gegen den Ausschuss für Produktplanung immer durchsetzen. Der mich aber fürchterlich geärgert hat die ganze Zeit, immer so abwegige, aus meiner Sicht abwegige Dinge. Ich bitte, Sie sollten eigentlich jetzt den Ausschuss für Produktplanung hören, weil das ist der alterer Pass. Ich jedenfalls war nicht glücklich mit ihm und konnte mich aber durchsetzen für ihn. Dann kam 1982 Herr Hahn zurück als Vorstandsvorsitzender. Hahn als hochgeschätzter Verkäufer, der tatsächlich den Käfer in Amerika durchgesetzt hat. Also alle Achtung von Hahn, auch heute noch. Ich schreibe mich auch mit Hahn und wir schätzen uns gegenseitig. Wir sind nur völlig uneins in einer Sache. Ein Verkäufer wünscht sich in seinem Verkaufsprogramm ein Ding, das geht. So logisch. Würde ich auch. Der Jammer ist nur, dass das Ding, das heute geht, man zwei Jahre vorher entwickeln muss. Und das vergessen die Verkäufer. Die schimpfen dann immer dem Intruder, dass das nicht da ist, was gerade geht. Aber zwei Jahre vorher helfen sie ihm nicht. Das ist wieder die eine Partei, müsste die andere hören, aber ich vertrete die andere Partei eh. Ist ja richtig. Der Verkäufer will das haben, was gerade geht. Und das muss man zwei Jahre vorher machen. Um sicher zu sein, dass man das macht, ist es gut, wenn man die Marktführerschaft hat. Weil dann kann man diktieren, was kommt. Und das war immer mein Bestreben. Aber der Ausfluss für Produktplanung war eigentlich mehr ein Anhänger der anderen Seite. Für primitive Leute sage ich nicht. Ich will die auch nicht beschimpfen. Die verständlich ist für den einfachen Verstand. Das Gute ist, was zu verkaufen hat, was gerade geht. Das ist ja wahr. Das ist ja unbestreitbar. Aber nur war ich dadurch am kürzeren Hebelarm und habe viele Dinge, die ich durchsetzen wollte, nicht mehr durchsetzen können. Ein Ding davon war der Hybridantrieb. Oh, okay. Da waren Sie schon... Ja, ja. Wir haben auch einen Großversuch gemacht, noch in Zürich und einen auf Rügen mit einem Hybrid. Die automatische Fahrzeugführung hat auch kein Wohlwollen gefunden. Da gab es zwar eine Versuchsstrecke in Eralessin mit automatischer Fahrzeugführung im Fernverkehr. Daran glaube ich auch heute noch, dass die automatische Fahrzeugführung im Fernverkehr kommen muss sogar und auch Sinn macht. In der Innenstadt ist es wurscht, finde ich. Das sind ja auch die schwierigen Aufgaben der automatischen Fahrzeugführung. Aber im Fernverkehr macht automatische Fahrzeugführung wirklich Sinn. Also komplett autonomes Fahren? Ja, und zwar fährt man noch personengesteuert auf die Autobahn auf, aber kann sich dann in eine Spur einklinken, wo automatische Fahrzeugführung ist. Und dort fährt man mit 100... Ich habe damals immer gesagt, mit 200 Stundenkilometer, aber meine Mitte hat auch gesagt, ich bin ein bisschen blöd. Langsam 120 haben wir da gemacht. Ja. Aber man hätte 140 machen sollen, sage ich heute. Wo man dann automatisch fährt und schlafen kann und dann lesen kann oder irgendwas machen kann, bevor man dann fünf Kilometer vor der Abfahrtmunk geweckt wird und sagt, du musst jetzt auf einen Knopf drücken, der dir erlaubt auszuscheren aus dem Konvoi und hinauszufahren. Und das haben wir entwickelt mit einem Mitarbeiter namens Konvoi. Daher hat das Programm auch Konvoi geheißen. Das habt ihr ja gehört heute. Und das wollte ich machen. Und den Hybrid, an dem hänge ich heute noch. War Mitte der 80er? Das war in den 70er Jahren, wo man Hybridautos gebaut hat. Aber da gab es die Akkutechnik ja noch gar nicht. Da gab es noch drei Akkus. Ja, das ist auch meiner Meinung nach nicht der Punkt, dass die einen riesen Elektroantrieb haben. Aber die Überlegung beginnt ganz primitiv. Ein Auto hat ja fünf Energiespeicher an Bord. Das erste ist die Batterie, die zwar schwer ist und teuer, die auch den großen Vorteil hat, dass man Energie zurückspeichern kann. Zweitens ist der Kraftstoff natürlich der wirkliche Energieträger. Drittens ist es die kinetische Energie, die Energie der Bewegung, die man sich am Boden wieder zurückholen kann, wenn man das Auto nämlich ausholen lässt. Und das vierte ist die Energie des Potenzials, der Höhe. Wenn man hinauffährt, kann man wieder hinunterfahren. Und jetzt muss man aufpassen, was man bei dem Auto alles macht. Und den Verbrennungsmotor braucht man eigentlich nur zur Überwindung der dauernden Fahrwinterstände. Nicht zum Beschleunigen. Beschleunigen kann man mit der Batterie. Und die Energie, die man hineinsteckt, kriegt man wieder zurück. Auch wenn man den Berg hinauffährt, nicht mit dem Verbrennungsmotor, sondern mit der Batterie hinauffährt, kriegt man wieder zurück. Und daher muss man genau aufpassen, was man mit der Batterie macht, und dann muss man verbrennen. Diese Überlegung hat sich heute nicht durchgesetzt. Daher sind die heutigen Hybridauto alle falsch. Das Hybridauto geht heute nicht weiter, weil es zu teuer ist. Es ist teurer, als man nachher einsparen kann. Und das ist extrem schwer. Der Akku ist schwer. Man braucht gar keinen großen Akku eigentlich. Weil zum Anfahren, man muss natürlich elektrisch anfahren. Aber das kostet ganz wenig Energie. Und dann ist der Verbrennungsmotor da. Dann braucht man das Ding wieder nur immer zum Beschleunigen. Es ist immer nur ganz kurz. Und vor allem, wenn man da hineinsteckt, dann wird es wieder zurück. Wenn Sie beschleunigen können Sie es wieder zurück. Mit einem schlechten Wirkungsgrad, aber den kann man über 80 Prozent treiben. Also ich glaube auch heute noch an einen richtigen Hybridantrieb, den es aber nicht gibt. Haben die Japaner, die ja sehr bekannt sind für die ersten Hybridautos, Toyota, Prius oder so? Die ersten Hybridautos von mir gehabt. Ja, genau. Aber für die Massenmobilisierung, sage ich jetzt mal, mit dem Hybridauto. Wie haben Sie das Auto gesehen, als Sie das das erste Mal gesehen haben? Haben Sie da gesagt, die haben es eigentlich falsch verstanden? Nein, nein, nein. Diese Toyota-Geschichte ist eine sehr intelligente Sache, nicht? Toyota treibt es ja heute etwas anderes als alle anderen machen. Alle anderen machen ja das, was VW gemacht hat. Dass man nämlich statt einen Schwunggrad ein Elektromotor macht, nicht? Statt einen Schwunggrad. Das ist schon schwer. Der Starter ist schwer. Das ist auch das, nicht? Und jetzt kommt der Mild-Hybrid. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja. Und die anderen machen das eh alles so. Von Daimler abwärts mit VW. Wobei das gemacht hat. Falsch ist immer noch, dass alle ein Getriebe haben. Sie brauchen ja gar kein Getriebe. Weil Sie fahren elektrisch an. Und wenn Sie unterwegs beschleunigen müssen, haben Sie auch wieder Elektroantrieb. Sie würden den Motor nur nehmen, um irgendwas zu laden? Um die Familierschnitte zu überbinden. Ah, okay. Aber der Motor würde gar nicht direkt auf die Räder antragen? Doch, doch. Wirkungsgrad ist ganz wichtig. Wichtig wäre ein Motor direkt auf die Räder. Eine Übersetzung braucht man eh, wenn der Motor schneller dreht als die Räder. Genau. Also 1 zu 4 muss man da langsamer übersetzen. Und das kann man gleich kombinieren mit Ausgeschäftsgetriebe. Da hat man nur ein Getriebe am Brandenauto. Und kein Schaltgetriebe. Braucht er nicht. Und so meine ich auch noch, dass sich der Hybridantrieb dorthin entwickeln muss. Und ich habe noch mit meinen letzten Kontakten zu VW auch das schon beanstandet, warum das da nicht so ist. Da hat er gesagt, ja wissen Sie, jetzt haben wir doch gerade 4 Milliarden investiert in das automatische Schaltgetriebe. Jetzt können wir doch nicht sagen, das ist mal falsch. Das ist immer eine vielleicht falsche Entscheidung, die dann durchgezogen wird. Ja. Immer weiter, immer weiter. Ja. Und damit wird das Ding aber so teuer und so schwer. Die Riesenpatrie ist falsch, das automatische Getriebe ist falsch. Und wenn Sie das wegmachen, ist das Auto wieder billig und einfach. Das ist ganz unglaublich. Nämlich der Leistungsbedarf ist so wie beim Verbrennungsmotor. Man glaubt das halt. Man braucht kein Getriebe. Das Getriebe ist eine unnötige Erfindung. Die Gurt war, wie es doch keinen Elektroantrieb gab. Die Mildhybrid ist schon am richtigen Weg. Nur ist der Jammer, dass man beim Ausrollen den Motor abhubeln muss. Und dann geht der Mildhybrid nicht mehr. Ach so, okay. Das ist das Problem. Der Völker hat im vorigen Wochenende so einen Lobenden Artikel über den BMW geschrieben, der ein Mildhybrid hat. Er hat gesagt, dann rollt das Auto aus und natürlich steht der Motor, aber der Strom kommt zurück. Nichts kommt zurück. Wo das steht, ist Essig. Nichts, ja. Alles in der Welt ist zum Glück eine wirtschaftliche Entscheidung. Am Ende siegt das Billige. Das ist vorauszusehen. Das Einfachere siegt. Das Billige siegt. Und so glaube ich auch, dass der Hybridantrieb, der einfache Hybridantrieb eine gute Zukunftslösung ist. Wobei ich niemanden zwingen will, einen einfach Hybridantrieb zu haben. Aber meiner Meinung nach ist das eine gute Lösung, die es noch nicht gibt. Erstaunlicherweise 30 Jahre nach Hybridantrieb, der komplizierte, hochintelligente, aber komplizierte und klare Antrieb von Toyota, der sich auch nicht durchsetzt, der nur Toyota macht. Er hat sich in der ganzen Patente freigegeben, in der Hoffnung, das macht jemand nach. Oder es nutzt jemand. Es tut da, es tut da. Okay. Gut. Die Entscheidungen fallen alle aus wirtschaftlichen Gründen. Der Staat wird eines Tages entdecken, dass er von den Radfahrern und von den Elektroautos wenig Geld bekommt. Die zahlen nämlich nicht das, was die Verbrennungsmotoren bezahlen für Diesel- und Benzinbesteuerung um 50 Prozent. Und da wird er eines Tages draufkommen und sagen, so geht das nicht. Nicht. Auch die Grünen, die ich sehr schätze in ihren Anliegen. Aber im Augenblick ist es so wie der ABB. Das ist jedes Mal, was im Vordergrund steht und nicht was hinten nachkommt. Aber was meinen Sie, wie lange das noch dauert, bis die Politikergeneration sich das einzugestehen braut? Eine Generation. Noch eine Generation weiter. Und der Kurz ist noch sehr jung. Der kann es noch drehen. Na gut, so weit zum Hybrid, über den habe ich mich ausgelassen. Die automatische Fahrzeugführung, die wir entwickelt haben und auch eingerichtet haben in Ära, im Versuchsgelände, sieht so aus, dass sie nur im Fernfachskehr funktioniert. Und zwar mit Mitteln, die alle schon vorhanden sind. Man braucht nichts Leises erfinden. Man fährt also auf die Autobahn auf und die linke Spur ist die automatische Fahrzeugspur. Die linke, nicht die rechte? Die rechte braucht man für die LKW. Ach so, das sind nicht LKWs, die automatisch geführt werden? Auch, auch. Das ist sogar wichtiger. Eben, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ja, ja. Und dann fahren wir dort an. Und das wichtigste ist erst einmal für LKWs. Ja. Nämlich die LKW heute alle mit 80 fahren. Wir haben sie nicht. Und daher mindestens 40 Meter Abstand haben sollen. Haben sie eh nicht. Aber es ist ein Kampf, wenn man dann so eine LKW-Kolone hat, wo Gott sei Dank wenige nur mehr überholen. Und man kommt ja nicht mehr hinein und nicht mehr heraus. Nein, die fahren so dicht zusammen. Ja, stimmt. Es kann also nicht so weitergehen. Ich brauche schon seit 30 Jahren, dass da was geschehen muss. Gut, also die Lösung ist, dass die Autos ein Radar am Dach an Bord haben. Das haben sie eh schon alle. Und dann noch einen Kurzabstandswarner, der es erlaubt auf einen halben Meter an den Vordermann heranzufahren. Halben Meter. Und dort diesen Abstand hält. Und zwar dadurch, dass es eine Datenübertragung ist, der Bremse gibt. Also wenn der Vordermann von innen bremst, bremsen sie gleichzeitig mit. Und damit können sie diesen halben Meter Abstand fahren. Sonst ging das ja nichts. Das braucht 40 Meter. Wenn man einen halben Meter fährt, braucht man dreimal oder viermal so viele Autos LKW-Züge. Und nach zehn LKW-Zügen kommt dann gezwungenermaßen eine Pause, wo die BKW rein und raus können. Und dann geht es wieder weiter. Das ist so naheliegend, dass ich seit 40 Jahren, seit ich das betreibe, immer erstaunt bin, dass das nicht aufgegriffen wird. Also ich bin jetzt nicht seit 40 Jahren, aber seit ein paar Jahren staune ich auch, dass man das noch nicht koordinieren kann. Zumal LKWs ja relativ standardisierte Technik ist. Ja, das habe ich auch hier großen Frechtern erzählt. Die haben gesagt, die werden mich hassen. Die haben gesagt, aber nein, wir werden es hassen. Wir sind ja froh, dass wir sowas hätten. Das ist ja großartig. Dann kann der während der Fahrt seine Buchhaltung machen. Die LKW-Fahrer haben ja nämlich eine Buchhaltung. Die müssen ja wissen, wann sie wo sind und so. Das kostet ja fast nichts. Eben. Stattdessen machen sie so XXL-Trucks, die auf bestimmten Strecken fahren dürfen. Ich habe diese Idee schon geschrieben an Verkehrsminister, an Verkehrsminister der Länder. In Deutschland haben die ja genug mit der Maut zu tun, wie man das jetzt die Klagen abwehrt. Da sind ja hunderte von Millionen reingegangen. Das muss ich dann auch erzählen. Na gut. Also jedenfalls, so kann man das LKW-Problem eigentlich leicht lösen. Die LKW fahren auf, wie bisher, wenn es geht. Und dann rückt ihr Fahrzeug, der schaltet auf Automatik. Dann rückt sein Fahrzeug an bis auf einen halben Meter oder einen Meter, wie sie wollen, das andere heran. Und dann kann er schlafen gehen. Und wird dann wieder also erst fünf Kilometer vor der Ausfahrt, die er eingibt, wird munter erweckt. Und dazwischen kann er sein Buchhaltung machen oder schlafen. Und sein Auto fährt dahin. Und die LKW fahren dann alle 85, weil es ja nicht lockerer wird. Aber in sich geschlossen heran mit diesen Lücken, wo die LKW rein und raus können. Und die LKW haben aber links eine Spur dafür. Links eine. Die kann auch schwerer sein. Heute ist die Spur dreieinhalb Meter breit und 3,75 Meter. Braucht er nicht mehr. Der braucht dann wirklich nur mehr 2,50 Meter. Weil der ganz präzise geführt wird. Da liegt ein Kabel doch unten, das ihm quer nachführt. Und auch dort drückt er auf den Knopf Automatik. Er fährt dann normal auf, reiht sich in diese linke Reihe ein, wenn er Platz ist. Und dann drückt er auf Automatik. Und dann schließt sein Auto heran an den anderen Vordermann wieder auf einen Meter oder was. Und fährt dann automatisch hinter dem anderen her. Wenn der erste der Kolonne bremst, bremst zur gleichen Zeit auch der letzte. Sodass die den kurzen Abstand einhalten können. Und Sie meinen aber, es muss über ein geführtes Kabellauf und nicht über GPS. Über ein Kabel ist dann besser. Der wird auch seitlich geführt werden. Vor über 30 Jahren haben wir schon über den Verkehrsminister eingeladen. und haben die in einen VW-Bus, wo der reingerichtet war, hineingesetzt. Und der eine ist gefahren erst ganz normal. Dann hat der irgendwo Automatik gedrückt und ist dann weggegangen vom Führerschein. Und der Verkehrsminister, der rechts vorne sagt, und dann kam auf einmal davor einer. Aber der herangefahren an den anderen und hat dann rechtzeitig auch. Dann kann er vorher nichts mehr sehen. Aber er sieht ja hinaus, rechts und links, wie bei der Eisenbahn. Also es ist fertig entwickelt gewesen. Das haben wir nicht nur in Ära. Das haben wir dann einmal auch in München aufgebaut. Eben gar keine Einrichtung, keine große. Also automatische Fahrzeugführung geht nicht in 20 Jahren, wovon alle reden. Es geht heute mit minimalem Aufwand mit dem Kabel, wenn Sie wollen. Und das Abstandswahlen hat man schon. Es fehlt nur die Datenübertragung. Und die Autos dahinter würden ja auch durch den Windschaden weniger verbrauchen. Richtig, der Verbrauch sinkt um 30 Prozent. Weiß ich, ja. Also automatische Fahrzeugführung. Da bin ich auch gescheitert. Der APP hat mich nicht unterschrieben bei meinen Vorstellungen. Und das ist immer schlecht, wenn eine Firma mit mehreren Sprachen spricht. Die haben sich natürlich auch nicht nur beim Fährler erkundigt. Sondern bei anderen Sprechern der APP. Das war immer dann der APP, der Ausschuss für Produktplanung. Ist ja was. Und die haben mir gesagt, das ist nix. Die letzten Jahre bei VW waren für mich in dieser Weise ernüchternd. Nicht, weil ich die Argumente der Gegenseite nicht verstanden hätte. Die habe ich verstanden. Ich wurde jetzt verkaufen, was es da gibt. Aber ich konnte dagegen nicht an. Ich habe nichts mehr zu weit gegeben gebracht und habe dann daher den kürzesten Ausstieg gewählt, den es da gab, weil eben der VW-Aufsichtsrat, blöd wie jeder Aufsichtsrat, nehme ich zurück, beschlossen hat, dass die Vorstandsverträge in dem Jahr enden, wo der betreffende 60 Jahre alt wird. Und dann habe ich nach diesem Beschluss, den ich mit erlebt habe, unverstanden, wie man so blöd sein kann, habe ich den Herrn gesagt, Sie, Herr Herr, wir sind ja alle im Vorstand fast gleich alt. Ich habe gesagt, wir müssen anfangen, das zu entzerren. Wir müssen die Älteren ein bisschen früher gehen lassen, die Jüngeren ein bisschen später, damit er nicht in einem Jahr an der ganze Vorstand geht. Und das hat der Herrn natürlich völlig abgelehnt. Ich werde nämlich der Älteste nicht gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, gut, also wenn das so ist, ich gehe mit 60. Wenn man zu stürm ist, aber ich war, wie gesagt, eh ernüchtert und eigentlich verdrossen, weil ich keine Macht mehr hatte. Der APP war stärker als ich. Und am 2. September, als ich 60 wurde, bin ich ausgeschieden. 1988. 1988. Das heißt, da haben Sie ja noch den Golf 2 miterlebt. Den habe ich noch gemacht. Den haben Sie noch gemacht, meine ich, ja. Auch mit einem lustigen Erlebnis, als der Golf 2 vorgestellt wurde, der ein viel besseres Auto war als der Golf 1. Also der Golf 2 ist mein Golf. Ich versuche, ohne mich jetzt bei Ihnen anbietern zu wollen, aber der Golf 1 GTI. Golf 4 war noch ein. Golf 4, da können wir auch noch drüber reden, genau. Aber der Golf 2 war natürlich auch, die Verbindung mit dem habe ich Fahrschule gemacht und das war mein erstes Auto. Ja, der Golf 2 war der richtige Golf. Ich finde den auch jetzt noch toll. Ich bin neulich im GTI 16V gesessen, da geht einem das Herz auf, ne? Ja. Der hatte die richtige Entwicklungszeit und so weiter. Da konnten wir uns austoben und der 4 war noch stark. Wie lange haben Sie entwickelt an dem Golf 2? Na ja, doch bis 80, also vier Jahre ziemlich lang haben wir herumgedacht. Weil wir nicht wussten, ich auch nicht, ob wir nicht einen anderen Weg gehen sollen, einen moderneren. Also der Golf ist kein modernes Auto, ne? Einen modernen. Wir haben das Auto 2000, hat das geheißen, haben wir entwickelt und hingestellt. Das Windschlüpfig war und besondere Muttermaßnahmen hatte und minimalen Verbrauch. Viel besser als der Golf 2. Aber wir haben uns dann entschlossen, das habe ich mitgetragen, den Golf 2 so ähnlich zu machen wie der Golf 1. Wir haben ein erfolgreiches Modell so immer mit Kiel, das müssen wir weiter pflegen, was jetzt zu kritisch wird. Golf 2. Da wurde vom Herrn Hahn ein Freund eingeladen, ein sehr mächtiger Industriemann, der also den Golf 2 sehr kritisiert hat und gesagt hat, da ist überhaupt nichts Neues eingefallen, der ist schlechter geworden als der von Schutzao entworfen. So, dann kann man sagen, was war es. Vielleicht was war es dran, dass der Golf 1 hansamer ist als der Golf 2 in der äußeren Gestaltung. Und dann habe ich dem Mann gesagt, also pass auf, jetzt machen wir mal mit den anderen Golf. Das Auto war also nicht 1,45 hoch, sondern 1,35 und da war es schwindschnittiger. Ich bin schon scheinbar nicht 45 Grad, sondern 60 Grad und so. Und dann war das Auto ganz toll ausgesehen und habe gesagt, wenn das so wäre, würden Sie das dann kaufen? Nein, ich fahre doch keinen Golf. Ich habe gesagt, das ist das, wir machen das Auto ja für die Kunden, die wir wollen und nicht für Sie, wir machen die, die es wollen. Solche Erlebnisse, solche Erfolgserlebnisse, in Wirklichkeit hat man auch dazwischen. Automaut. Ich finde die Besteuerung heute gar nicht so dumm, dass wenn jemand mehr fährt und mehr zahlen muss, weil er mehr tankt, mehr braucht. Insofern stimmt das eigentlich schon nicht. Abgesehen davon, dass die Versicherung ganz blöd ist, die sollte man nämlich an die Verbrauchsteuer hängen, wie das in Kalifornien schon ist. Oder in irgendeinem Staat ist es schon so, da hängt die Versicherung am Kraftstoffverbrauch. Weil der BÜV fährt zurück bis zur Höhe. Ja. Meiner Meinung nach, und das ist auch weit gediegen, müsste das Auto ein Kästchen haben, ein kleines Kästchen, die ist schon entwickelt. Und in dieses Kästchen gibt man ein, was einzugeben ist, entweder man parkt oder man fährt. F ist also D, was auf gut Deutsch Streif heißt. Und wenn man da drauf drückt, dann werden abgebucht, was weiß ich, fünf Cent jede Minute. Und das heißt, dass wenn sie schnell fahren, dass sie weniger zahlen, als wenn sie langsam fahren. Sie zahlen aber mehr, weil sie mehr verbrauchen. Und das ist natürlich wichtig. Sie zahlen am Ende doch mehr, wenn sie schneller fahren. So hoch darf die Prämie nicht werden. Aber sonst ist das richtig. Wenn sie langsam fahren müssen in der Stadt, wird die Prämie hoch, weil der Verkehrsraum in der Stadt viel kostbarer ist als Überland. Und je schneller sie fahren können, desto billiger fahren sie. Also Autobahn sollten sowieso alle fahren, weil das die sicherste Straße ist, die es wenigstens verbraucht. Gut. Und damit wird das Fahren, also wenn sie auf F drücken, wird abgebucht, fünf Cent pro Minute. Und sie müssen das Ding natürlich nachladen, weil sonst kann nichts abgebucht werden. Sie dürfen nicht fahren. Und das, was eingestellt, wird außen angezeigt, elektromagnetisch. Also man braucht nicht mehr schauen. Beim Vorbeifahren merkt die Polizei, der ist eingeschaltet. Und wenn sie auf P drücken, heißt das, sie dürfen parken. Da werden dann nur mehr drei Cent abgebucht pro Minute. Aber abgebucht wird auch nachher das Thema. Ja, ja, abgebucht wird. Für fünf Cent werden sonst auch abgebucht. Ja, okay. Von ihrem Vorhaben. Und auch in der Stadt brauchen sie nur auf P zu drücken. Dann wird Minuten genau abgebucht und auch gleich zugewiesen. Der Stadt, an der sie sind. In Rienz oder in Innsbruck oder in Wien oder in Wolkersdorf. Die kriegen das Geld, die die Straße dort machen. Und das ist ganz billig. Und nur wenn sie auf dem Privatgrund parken, brauchen sie nichts zahlen. Zahlen sie auch nichts. Aber wenn sie irgendwo sonst parken, müssen sie auf P gedrückt haben. Oder in der Garage, wenn sie fahren, dann können sie auch ausschalten. Weil da müssen sie bei der Garage-Gebühr zahlen. Ja, ganz einfach. Auch die Verkehrssachverständigen der Wien, der Herr Schmidt, in Wien hat gesagt, ja, natürlich, das müssen wir machen. Es ist so einfach. Ich brauche nur mehr hinfahren. Wo immer auch. Und ich drücke auf P. Und die Backdinger können auch unterschiedlich teuer sein. Warum sollte ich nicht vor dem Sacher parken können? Natürlich kann ich parken. Natürlich kostet die Minute einen Euro oder zwei. Ja, ja. Aber dann war nicht mal gleich. Kann er. Dann packt man da halt, ne? Ja. Und wird gleich der richtigen Stelle zugewiesen. Geht nicht weiter. Warum weiß ich nicht. Verrückt, ne? Dass man sich nicht auf einfachste Sachen einigen kann. Im LKW genauso. Der drückt auch auf F. Ja. Nur wird da mehr abgebucht pro Minute halt beim LKW nicht. Was sagen Sie zum Tempolimit? Gut, ich komme jetzt aus Deutschland. Wir sitzen hier in Österreich. Hier haben Sie Tempolimit. Ja. Das Kuriose ist ja, dass alle europäischen Staaten in Deutschland beklagen müssen. Ich würde das auch machen. Aber die Sicherheit auf deutschen Autobahnen ist die größte. Das ist ein schlechtes Argument für die anderen. Ja. Wobei auch in Deutschland ja, Deutschland weit entfernt ist von Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil es ja dauern die irgendwas, nicht? Ja. Also, meiner Meinung nach, die Geschwindigkeitsbegrenzung ja. Und zwar zur Warnung des Fahrers, dass gefährlich wird. Ne? Und so muss er das auch verstehen. Und wenn nicht, fährt er so schnell wie kann. Im Endeffekt schon, ne? Ja. Was war die wichtigste Entwicklung für Sie? War das der Golf 1? Ja. Oder? Und der Diesel. Und der Diesel, ja. Der Diesel war ja weltweit durchgreifend weit. Vorher gab es ja keinen Diesel außer dem Mercedes. Und sonst gab es keinen BMW, die heute mit den besten Diesel machen. Haben damals gesagt, das passt nicht so. Auch interne Überzeuger. Bei Audi gab es auch welche, Dieselgegner. Die haben einmal einen Diesel hingestellt vom Flughafen, als der kam. Und haben einen Diesel hingestellt. Und dann haben wir gesagt, wie hat die das Auto gefahren? Oh, habe ich mir was aufgefallen? Nein. Es war ein Diesel. Was hat er gesagt? War ein Diesel? Ja. Und dabei waren Diesel, das muss man ja auch sagen, die Technik des Diesels war ja damals ein Saugdiesel, glaube ich noch. Oder To-Diesel kam ja später. Das waren ja eigentlich schon lahme Krücken. Die haben zwar wenig verbraucht, aber es war jetzt auch nicht mit heutigen Dieselmotoren zu vergleichen. Die TDI-Generation, die im Golf 3 oder 4 dann kamen, die ja extrem nach vorne ging. Kommen wir mit direkt einen Spritzer. Genau. Genau, ja. Das dauert die Entwicklung seit 10 Jahren. Ich glaub mir nicht. Das kostet ein irres Geld auch. Also einen Motor zu entwickeln ist eine teure Geschichte. Da muss Ihnen doch eigentlich das Herz bluten, wie es mit VW und der Diesel-Technik und dem Verruf des Diesels jetzt weitergegangen ist, oder? Da blutet mir das Herz wirklich. Meinst du, ich bin so ein Blöder. Ich bin gar nicht gegen das Betrügen. Wenn man gescheit betrügt, bin ich ja dafür. Das war so ein blöder Betrug, weil man nichts gewinnen konnte und viel verlieren. Und man alles verloren hat. Und ehrlich gesagt auch das gesamte Image, dass die Verbrennungstechnik weitergehen sollte. Und dieses sogenannte Cycle-Beating heißt das ja in der Fachsprache. Cycle-Beating. Man besiegt die Vorschrift. Das war zu meiner Zeit auch schon hoch im Kurs. Cycle-Beating konnte man machen. Zum Beispiel, dass man Leichtlaufreifen, die man auf der Straße gar nicht fahren konnte, für diese Autos verwendet hat, damit die Rollen wieder schnell die kleiner waren. Ach, die hat man in der Abnahme getestet und dann hat man andere Reifen in der Serie aufgemacht. Ja, und dann recht einen hohen Luftdruck machen. Das haben wir auch gemacht, muss ich zugeben. Sechs Bar, da habe ich eine Rollen wieder gestanden. Aber sonst habe ich mich immer gewehrt gegen Cycle-Beating. Ich habe immer gesagt, wir müssen mit dem Vorschreiber reden, was er falsch gemacht hat. Dass die Betrugsflanken offen sind. Das muss man denen sagen. Man muss natürlich sagen, okay, ihr habt es recht, weil ihr seid so gleich Vorschreiber und Richter. Wir machen alles, was ihr wollt, klar genau. Aber wir sagen eigentlich, es ist Blödsinn. Und mit dieser Methode bin ich gut gefahren. Ich war oft in Amerika, war oft angehört. Und die Ehrlichkeit zieht da immer. Die sind ja auch nicht blöd. Ja, klar. Das allergrößte Problem war diese Scheibchenweise-Zugabe. Die haben sie schon erwischt. Und dann haben sie genau das, was sie erwischt haben, zugegeben. Und zwei Wochen später haben sie das nächste herausgefunden. Dann haben sie das wieder zugegeben. Und irgendwann landet halt mein Vorstand im Knast. Das ist für mich fast unvorstellbar. Wobei ich das ungerecht finde. Weil der arme Winterkorn hat ja natürlich überhaupt nicht gewusst, dass da geschummelt wurde. Das war so etwas Nebensächliches. Die Zulassung von Autos in Amerika war so ein Selbstgegenwahr. Selbstverständlich hat das kein Entwicklungsmensch gemacht. Da hat gar keiner darüber gesprochen. Aber glauben Sie, der Winterkorn hat gar nichts gewusst? Der hat sicher nichts gewusst. Tatsächlich? Das ist doch schon etwas Unwichtiges. Ich meine, Sie waren selber im Vorstand. Für mich war das schon nicht mehr selbstverständlich. Als aufkam diese Tests da in Amerika, bin ich eine Woche in Detroit geblieben. Habe auf dem stinkenden Flugplatz gewohnt. Nur damit ich mal anschauen konnte, wie das wirklich vor sich geht. Wie man den richtigen Fahrer erwischt, der vernünftig fährt, sodass man wenig braucht. Und dass die Abgase in Ordnung sind. Aber das muss man alles wissen. Wie kriege ich den richtigen Fahrer? Auf legale Art und Weise. Wenn man da ein schlechtes Auto dazwischenkommt, was durchfällt, und sagt, das scheitbar aus, weil es durchgefallen ist. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man legalerweise machen kann. Man muss die nur den Vorschriften machen. Muss man sagen, pass auf, das machen wir so. Und der sagt, da kann man es nicht verhindern, was er macht. Oder er ändert die Vorschrift auf vernünftig. Auf vernünftig. Wobei, auf vernünftig ist es ja ... Ich meine, das ist jetzt ein Witz, dass wirklich bei manchen Situationen die Luft sauberer wird, wenn ein Auto vorbeifährt. Ja. Das kann man auch keinem erklären. Das ist so. Aber die Leute sagen immer noch, ein Elektroauto macht keine Emission. Was heißt keine Emission? Emission muss kleiner werden. Sie haben auch am Drei-Wege-Cut übrigens, wo Sie gerade über Emissionen reden. Der Drei-Wege-Cut war auch ein großes Thema von Ihnen, ne? Naja, es hat Bosch erfunden, den Drei-Wege-Cut. Okay. Das ist nicht. Aber es war natürlich die Lösung, die gescheite Lösung, auf die wir sofort aufgesprungen sind, die man machen musste. Der beste Golf für Sie? Der Siebener. Der Golf Sieben. Der Golf Sieben. Naja. Die werden immer besser. Natürlich. Die werden immer besser. Keine Frage. Aber der Golf II war ein großer Schritt vorwärts. Und der Golf II war wirklich der Durchbruch erst. Für mich der wirkliche Durchbruch. Der Golf I war ein liebes Auto und der Golf I GTI war ein tolles Ding, ne? Aber das war alles so mit Glück gesegnet und vorübergehend. Der Golf II hatte mehr Substanz, da war Geld im Konzern und da wusste man, wo die Reise hingehen muss, ne? Ja. Das war das ehrliche Auto, ne? Mhm. Der Ferdinand Pirch, der ist Ihnen ja auch früh begegnet bei Audi, als Audi-Chef mit dem Quattro-Antrieb. Ja, ja. Da gibt's eine interessante Begegnung. Ja, ja. Der Ferdinand, der Ludwig Kraus, von dem ich schon öfter gesprochen habe, hat den Ferdinand Pirch geholt. Ohne es mir zu sagen noch dazu, der Kerl. Und ich hab den Ferdinand Pirch schon gekannt von vorher. Erst einmal von dieser ersten Sitzung da in Paris, wo mich da Hahn vorgeführt hat. Und dann war Ferdinand Pirch damals doch ein eifriger Rotarie-Ger und da haben wir uns bei Rotarie auch getroffen. Ja, okay. Kollegen, nicht? Ja. Und Pirch kam auch, nachdem er eingestellt wurde sofort zu mir und hat gesagt, sieh, jetzt würden dann natürlich gleich Gerüchte entstehen, dass der Pirch den Fialer verdrängt. Ich will sie nicht verdrängen, ich will nicht ihren Job. Ich will Vorstandsvorsitzender her werden, hat er gesagt. Und ich hab ihm hoch angerechnet und wir haben uns ja dann geduzt. Ich bin einer der ganz wenigen Tutzfreunde von Ferdinand gewesen. Und gegenseitig geschätzt und auch nicht geschätzt, je nachdem, was gerade dran war. Aber mit dem Ferdinand Pirch ging das also immer ganz glatt. Und als Ferdinand die Idee hatte, er hatte immer die Idee, aus Audi was zu machen. Also er wollte nicht bei so einer Underdog-Firma sein, sondern er wollte Audi in die Top-Marsch bringen. Wie machen sie das? Mit dem V8 oder so, das hat man andere eh schon gehabt, da war man zu weit hinten. Der Motor vorne war ungünstig, ist auch etwas Unglückliches passiert. Bei Ludwig Kraus noch hat man einen Ford V6. Da gab es damals 2,8 Liter V6 beim Ford. Da bin ein Audi 100 eingebaut und Ludwig Kraus ist wieder mit gleichem Gramm gefahren, weil das Auto kommt plötzlich. Was war das aus? Na gut, und wir haben ja damals, wir, den, der heißt Munga, diesen, ist der Schimp? Mungo? Mungo, oder? Mungo hat er geheißen, nicht? Mungo entwickelt. Und zwar nicht wie in Wolfsburg, sondern, das ist damals voll ausgenossen, das war so eine Ingolstadt. Und aus dem Mungo heraus war der Allradantrieb da, damals ohne Differenzialsperre und ohne alles. Und der Birch hat so eine Mungo-Fahr-Ausrüstung und dann Audi 80 gebaut und hat mich damit nach Wien geschickt. der Birch war immer einsichtig und hat gesagt, sie sind für den Konzern verantwortlich, ich bin hier einer ihrer Macher. Aber sie müssen einmal in die nicken, sonst geht es nicht. Wir haben das Auto gemacht und ich war mit meiner Frau in Wien damit und in Wien musste man in der Garage, da hat das Auto geschrien wie ein kleines Kind, weil es kein Differenzial ist. Und dann habe ich mir gesagt, Birch, so geht das nicht, das Mitteldifferenzial und wie man das macht. Und dann habe ich mich da auch noch reingehauen, habe auch diese Nebenwelle da erfunden. Ich habe eine zentrale Welle erfunden, das war falsch. Man muss eine Nebenwelle machen, das ist viel billiger als diese zentrale Welle. Also so haben wir dann verbessert und so kam der Allrad durch, der wirklich Audi nach vorne gebracht hat. Absolut, das ist das Image, was Audi hat. Und diese anderen Scherze, wie man braucht dann keine Schneeketten mehr, das muss alles ja gar nicht. Der bremst besser, hat er ja auch gesagt, der bremst besser im Winter. Das ist alles nicht wahr. Und richtig ist, dass das ein Komfortmerkmal ist. Das ist nicht gar so viel da, als man zunächst gedacht hat. Allrad Antrieb ist, wer einen haben will, soll einen haben. Das ist natürlich nichts eigentlich. Was ist für Sie so der optimale Antrieb oder was wäre es für Sie jetzt aktuell? Also ein Hybrid nach Ihrem Konzept? In der Karosserie eines Golf? Also ich finde, dass es im Angebot der Autohäuser keinen Senior gibt. Wobei Senior ein schlechter Titel ist, weil Senior sind die alten Männer zu sein. Aber in Wirklichkeit sucht ein alter Mann natürlich einen gediegenen Antrieb, der genug Leistung hat, der bessere Federungen hat, der leise ist. Und so ein Auto gibt es nicht, eigentlich. Es gibt nur große Autos, die sind entweder sehr teuer, was für die alten Leute oft keine Rolle spielt, weil sie eh genug Geld haben. Aber es sind unpraktisch in der Stadt nicht. Also ein Auto von Golfgröße, maximal eigentlich, Polo groß genug, der müsste nur eine ordentliche Federung haben, eine ordentliche Motorisierung und müsste Senior heißen. Aber Senior muss anders heißen, nicht? Muss heißen, was weiß ich? Leukip oder irgendetwas, nicht? Irgendein Beruf oder Sokrates oder so, nicht? So ein Auto fehlt. Hätte ich auch immer machen wollen. Habe ich auch nicht durchgesetzt. So ein Auto, wo jeder sagt, das ist das beste Auto, was es gibt. Weil ich brauche kein Platzproblem. Heute, wenn es ein großes Auto haben, eine Garage ist eine Katastrophe. Ja, auch die Architekten habe ich ja früher als Professor in Berlin auch immer beraten. Die haben mir gesagt, was braucht man für ein Auto, für ein Garagenplatz? Habe ich gesagt, für welches Auto? Habe ich gesagt, nur für einen Käfer. Na ja, das sind die Garagen geworden. Für einen Käfer, nicht? Ja. Sie haben nicht mehr parallel gearbeitet. Sie sind 88 von VW gegangen. Pir, ich kam erst danach als Vorstandsvorsitzender. Ja, ja, 92. 92, genau. Wie haben Sie das gesehen, was er aus VW gemacht hat? Ich meine, da hat er mehr oder weniger Luxuskonzern daraus geformt. Teilweise mit dem Phaeton und so. Ja, Pir, ich war der erste Vorstandsvorsitzende, der wirklich Geld hatte. Und mit diesem Geld hat er etwas Vernünftiges gemacht. Er hat aus dem Werk mit einem guten Hotel dabei und unseren Ausstellungsräumen, Ablieferungsräumen, das hat er gut gemacht. Und hat auch genug Freiheit gelassen der chinesischen Entwicklung. Die chinesische Entwicklung hat noch zu meiner Zeit begonnen, wurde da auch gepflegt, weil man den Markt gesehen hat, ohne dass man gesehen hat, dass dieser Markt je aufgeht. Die deutschen Medien haben mir geschrieben, die Chinesen sind schon voraus, die fahren nur mit dem Fahrrad. Und dass die Chinesen eine Übervölkerung oder Radfahrverbot in Peking haben, eines, wie es hat keiner glauben wollen. Und die Erweiterung des Konzerns hat Ferdinand Pirch laufen lassen. Oder vorangetrieben, wie sie wollen. Die chinesische Sparte wurde gepusht. Man kann nicht sagen, dass er die Luxusmarke gepusht hätte, dass man so einen überdrüber Golf gemacht hätte. War nicht, aber er hat den Golf gepflegt. Der Golf 4, der in seiner Handschrift entstanden ist, war ein Sprung. Golf 4 war ein deutlich besserer Golf als ein Dreier, der, den ich noch zu verantworten hatte, teilweise wenigstens. Aber da hat noch der APP schon an ihnen geredet. Ich finde es sehr interessant, was VW für eine Entwicklung gemacht hat, eben gerade auch mit diesen Luxusautos. Und ich bin ein riesen Phaeton-Fan übrigens. Also ich finde den... Ja, war ein tolles Auto. Ich habe drei Phaetons verschlissen. Haben Sie? Nein, nicht verschlissen, aber fahren. Ja, fahrt Phaetons, war ein fantastisches Auto. Welchen Motor haben Sie da drin? Den sechsten? Den sechsten, ja. Den sechsten Diesel. Okay. Ich bin mit sieben Liter gefahren von Kärnten nach Wien und retour. Unglaublich, ne? Ein zwei Tonnen Auto. Unglaublich. Was glauben Sie, ist der ideale Verbrennungsmotor heutzutage? Ja, wenn Kostengründe nicht dagegen sprechen, der Diesel. Es ist ja so, dass leider der Diesel immer noch teurer ist als der Benziner. Obwohl man beim Benzin auch heute die Benzineinspritzung hat, das ist auch alles sauteuer geworden. Sodass der Unterschied zwischen Diesel und Benzin weiß ich gar nicht genau, wo der heute ist. Wir haben es ja geschafft, dass wir den Dieselmotor auf der gleichen Linie produzieren konnten mit dem Benzinmotor. Da gab es nur eine Ausweichstelle, wo ein anderer Kopf drauf kam. Ja, okay. Das war alles. So haben wir alle gestaunt, alle unsere Konkurrenten, wie man einen billigen Diesel machen konnte. Also billig war und ein gebrauchstüchtiges Auto. Das war der Durchbruch eigentlich, auf den ich am stolzesten bin. Die Vertäglichung des Diesels. Wahnsinn. Herr Professor Fiala, das ist irre. Ich habe mir auf der Herfahrt überlegt, dass Sie, also nach Ende Ihres Studiums, als Sie zu Mercedes gegangen sind, was ich schon gesagt habe, haben Sie beim berühmten SL-Flügeltürer die Federn dimensioniert, um die Türen zu halten. Der Wagen ist wann rausgekommen? 52. Ja, Entschuldigung. Das haben Sie vor 65 Jahren konstruiert. Also da ist es rausgekommen, vor fast 70 Jahren. Und wir sitzen hier heute zusammen und Sie machen den Eindruck, als würden Sie morgen wieder ins Büro gehen bei VW. Das ist unvorstellbar. Also das ist wirklich eine Riesenfreude, mit Ihnen reden zu dürfen. Dankeschön. Ich habe noch eine letzte Frage. Die habe ich immer, die stelle ich immer, da bin ich bei Ihnen gespannt. Und zwar mal angenommen, das ist ja sehr fiktiv, das Rohöl geht aus. Und jeder kriegt die letzten 50 Liter Sprit auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Wahrscheinlich im Weinviertel. Der Norden von Wien war Zeit meines Lebens so ein No-Go. Warum? Der Norden von Wien im Weinviertel, wo wir sind, grenzt ja im Osten an der Slowakei, im Norden an Tschechien. Ne? Alles nichts. Und in Wirklichkeit ist das ein bezauberndes Land mit einer hügeligen Schädel, wo man drei Bergketten hintereinander sehen kann, mit einer uralten Kultur. Weil dieses Grenzland zwischen Tschechen und Deutschen, deutschsprachigen und tschechischsprachigen, ich habe einen tschechischen Namen vieler als tschechisch. Da haben Sie immer Kämpfe abgewickelt. Da war eine ganz interessante Sache, Falkenstein kennt kein Mensch, aber wenn Sie da einmal Zeit haben, das lohnt sich anzusehen. Da gibt es so eine Burgenkette an der Sprachgrenze, an der tschechisch-deutschen Sprachgrenze, die vorwiegend den Lichtensteins gehört hat. Und da ist eines davon, das ist bekannt, das ist Nikolsburg und ein anderes ist Falkenstein, wo im Mittelalter die Hutterer zusammengekommen sind, die von den Salzburger Erzbischöfen und von der ganzen Gegenreformation vertrieben wurden. Da haben Sie dort ein Schlupfloch gefunden, was auch damals schon abseits von allen guten Dingen war. Und die haben dort mit 25.000 Leuten ein hutterisches Zentrischgericht errichtet, wo man ihren Förtling, einen promovierten Theologen, noch 1528 in Wien verbrannt hat. 1529 war die erste Türkenbelagerung. Und da hat man den Hutterer noch verbrannt, 1528. Unglaublich, weil der protestantisch war. Na gut, also das finde ich statt. Dort würde ich fahren. Das ist so eine schöne Gegend, das ist so unglaublich. Und mit welchem Wagen? Mit dem A8, der zum Fahren für so eine Strecke ideal ist. Mit einem V6 Diesel. Okay, Herr Professor Fiala, vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war Professor Ernst Fiala und ich hoffe, er bleibt noch viele Jahre so fit und munter, wie ich ihn erleben durfte. Und dass er noch viele Ausfahrten in die Weingegenden rund um Wien unternehmen kann. Ich hoffe auch, dass ihr gesund bleibt und wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören, wenn ich euch einen neuen Gast aus der goldenen Ära des Automobils präsentiere. Bis dahin macht's gut. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de www.alte-schule.de